Mein Name ist Patrick Krautblatter, ich bin 49 Jahre alt. Ich bin in der Klinik Bad Winsheim seit 2016 Oberarzt in Orthopädie und Unfallchirurgie. Ich bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Schwerpunktbezeichnung Spezielle Unfallchirurgie, zusätzlich zertifizierter Fußchirurg. Mein Haupttätigkeitsfeld betrifft die Endoprothetik, ausgehend von der Diagnostik über die operative Therapie mit primärer Endoprothetik, Wechselendoprothetik und septischer Chirurgie. Zusätzlich betreue ich die Sprunggelenks- und Fußchirurgie als zertifizierter Fußchirurg, beginnend ebenfalls bei der Diagnostik, orthopädische konservative Behandlung mit Ortheseneinlagenversorgung, Tätverbänden über Infiltrationen bis hin zu individuellen, stadiengerechten Operationen. Das betrifft den Vor-, den Mittel- und den Rückfuß ebenso wie Instabilitäten, Sehnenerkrankungen im Sprunggelenksbereich. Häufig reichen konservative Maßnahmen zum Erlangen einer Beschwerdefreiheit aus, wie beispielsweise Einlagenversorgung, Bandagen, Tätverbände, Infiltrationen, Physiotherapie. Auch in operativen Fällen erarbeiten wir mit Ihnen stadiengerecht ein Behandlungskonzept. Hierbei bedeutet operative Therapie nicht immer automatisch große Schnitte. Man kann auch mit kleinen Schnitten, sogenannt minimalinvasiv, zu gewünschten Erfolg kommen. Zudem versuchen wir hier an der Klinik Bad Binsheim, wenn immer möglich, Gelenke halten zu operieren. In meiner Freizeit übe ich Fußball aus. Diesbezüglich kann ich viele Verletzungen im Sprunggelenksknie- und Hüftbereich sowie muskulär und ligamentär nachvollziehen und behandle sie gerne hier in unserer Klinik.